Der österreichische Motor Veteranenclub feierte das 100-jährige Jubiläum der Tourist Trophy in Brunn am Gebirge. Vier Tage lang trafen sich Fans aus der ganzen Welt, um dieses denkwürdige Rennen gemeinsam zu huldigen. Es knatterte und ratterte vor dem Bruno, als zahlreiche Oldtimer auf zwei Rädern eintrafen. Am Tag genau zum 100-jährigen Jubiläum der österreichischen Tourist Trophy trafen sich Motorradbegeisterte aus aller Welt in Brunn am Gebirge. Genau am 13. Mai 1923 war die erste Tourist Trophy am Kontinent. Das ist ja ein legendäres Motorrennen-Anfüß auf der Isle of Man in England. Und damals konnten wir in Österreich das erste Rennen durchführen. Das feiern wir heute, dieses Jubiläum. Und wir haben da vor von der FIFA, das ist die oberste Organisation aller Oldtimer-Clubs der Welt, diesen FIFA-Event bekommen. Da gibt es nur einen im Jahr davon und den haben wir heuer nach Österreich bekommen. Aus nah und fern nahmen insgesamt 116 Biker aus 14 Nationen an diesem speziellen Event teil. Eine Teilnehmerin war sogar aus dem Iran angereist. Sie ist auch Motorrad-Rennfahrerin, nebenbei ist sie auch Schauspielerin noch und hat viele Jahre in Kanada gelebt, ist vor Jahren zurückgezogen wieder in den Iran, lebt dort. Und ist zu unserer Veranstaltung gekommen, weil sie einmal von Iran her auch sehen wollten, wie so eine Veranstaltung organisiert wird, gemacht wird. Im Iran bringe ich Frauen den richtigen Umgang mit Motorrädern bei. Mittlerweile haben wir eine tolle Gruppe von Motorradfahrerinnen, die der ganzen Welt zeigen wollen, dass es auch im Iran gute Bikerinnen gibt, die bei Wettbewerben wie diesen hier teilnehmen. Das internationale Interesse an der Veranstaltung war enorm. Teilnehmer aller Altersklassen nahmen an der Tourist Trophy in Österreich teil. Der jüngste Biker kam aus Deutschland. Ich bin hier mit einer NSU Max aus dem Jahr 1953 in grauer Lackierung und bin das zweite Mal dabei bei der FIFA-Rallye hier in Österreich, nachdem ich schon letztes Jahr in Rumänien dabei war. Der älteste Teilnehmer ist bereits seit über 60 Jahren auf dem Motorrad unterwegs. Ich fahre seit meinem Führerschein. Zuerst auf Roller und dann jetzt auf uralten Buchs. Vom Brunnam-Gebirge aus ging es bei der Tourist Trophy täglich auf geschichtsträchtige Rennstrecken in Niederösterreich. Das Highlight war das Befahren der historischen Rennstrecken, die ja für den normalen Straßenverkehr eigentlich gesperrt sind. Der Robert Grickel, der es aber zusammengebracht hat, behördliche Genehmigungen zu bekommen, dass wir die befahren dürfen. Unter anderem führte eine Strecke über die alte Semmering-Bergstrasse, wo in den Jahren 1899 bis 1933 auch der berühmte Semmering-Bergpreis für Motorräder und Automobile ausgetragen wurde. Das Highlight war natürlich eigentlich die vielen Leute, die vielen Freunde, die da kommen, die kommen ja von der halben Welt. Und man sieht, die ticken ja alle gleich oder ähnlich. Der Enthusiasmus der Teilnehmer, die gestern bei neun Grad und strömendem Regen den ganzen Tag auf diesen alten Knatterkisten die ganze Strecke gefahren sind. Das war eigentlich das Highlight. Der Faszination der alten Motorräder konnte sich auch Bürgermeister Andreas Lienhardt nicht entziehen. Es ist also faszinierend zu sehen, wie so eine Maschine funktioniert. Das sieht man bei heutigen Motorrädern oder Autos ja überhaupt nicht mehr. Und hier kann man das noch ganz genau sehen. Nein, nein, es ist schon faszinierend. In Bruno waren anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Tourist Trophy auch historische Objekte ausgestellt. Neben einem Motorrad aus dem Jahr 1912 auch ein ganz spezielles Auto. Dieses Auto hat ein gewisser Chargé in Brettenfurt gebaut. Er war ein Technikgenie, hat unter anderem auch Flugzeuge gebaut und war dafür sehr verantwortlich, dass überhaupt die Tourist Trophy nach Österreich gekommen ist. Brunnamgebirge wurde dem 100-jährigen Jubiläum gerecht und ließ den Spirit historischer Motorrad-Events wieder aufleben.